Oh, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 10 Grinze Blumen. Das ist eine rosa Kiste. Ich hoffe, das ist jetzt auch ein Vibe. Danke, es geht mir schon viel besser. Wie sieht das jetzt aus? Wie ist denn eine Stadt oder was? Höhenhochland, herzlich willkommen. Auch nur 2 Welt, ne? Die Gegend ist heiß und kurz vor dem Explodieren, ouchi. Schon den hohen Gipfel dahin gesehen? Das ist die Spitze eines Vulkans. Ach, hier ist wieder so ein Matchteil, so ein Matchding. Flug, Höhenflug, Match. Aha. Also müssen wir jetzt mit dem Flugzeug fliegen? Ja! Natürlich vom Design her richtig cool. So ein Sidescrolling, äh, so ein Sidescrolling, äh, Genre sozusagen. Aber natürlich, äh, sehr risikoreich, wegen irgendwas zu verpassen, ne? Äh, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Da bezweifle ich, dass wir das beim ersten Mal, wie bei, wie beim Dino da schaffen. Ja, aber mit Sidescrolling ist immer, ist immer so eine Sache, alles auf einmal Anhieb zu bekommen. Oh, Yoshi im Flieger? Ja. Ne, wo, sieben, wo kann man das sonst sehen? Außer hier. Oh, ein Punkt im Normansammeln. 40 Ballons zerschießen, oder was soll ich machen? Flug, 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 Match. Zerplatze die Ballons und gib nebenbei den Shy Guys ruhig auch ordentlich eine mit. Stehst du auf dem Bug der Maschine, sinkt sie. Stehst du auf dem Heck, da... Ach, man muss ja auch nicht richtig fliegen. Ach, du Huliwürde. Aber man muss jetzt nicht noch drauf achten, nicht runterzufallen, oder? Ne, runter... Runterfallen kann man nicht gut. Ach, du Huliwürde. Ach, du liebe Scheiße. Oh, ne, das stopp ich niemals. Guck, da muss man erstmal die Ballons sammeln und dann... Und dann den Rest sammeln, also. Ach, so, das bringt mich zum Senken, oder? Das bringt mich also zum Senken, so gerade? Die Blume einsammeln? Boah. Ne, runter. Boah, das ist auch schwer, ey. Scheiße. Alter, Verwalter. Junge, Junge, das... Ach, da hinten? Fuck, ey. Was... Was musst du da alles achten, Mann? Ohne Scheiße, was musst du denn da alles achten? Ich hab grad mal 17 Stück, Mann. Boah, ich würde hier das Flugzeug jetzt nicht kaputt, oder so. Oh, fuck, ey. Hoch! Warte mal, man muss hier so jetzt eigentlich noch nicht Schallgeist fressen. Da oben auch bestimmt was, oh, fuck. Ja, das ist, äh... Biss ja mit das Schwerste hier. Ein Stück höher. Überhaupt irgendwo Blume einsammelt. Das war erst der zweite? Muss ich den jetzt machen. Achso. Ja, ich krieg gar keinen, Junge. Oh, was mach ich denn? Oh, hab ich tatsächlich 40 gekriegt jetzt? Hab ich nicht 40 gekriegt? Das ist typisch. Das ist typisch Retro, Junge. Ich brauch 40. Wie viel krieg ich? 39, ja. Das war das nicht auch bei dem komischen da mit dem... Yoshi-Automat? Hab ich da nicht auch in... ...Bau-Punkte-Wähne nur noch gehabt? Ey, was ist denn das, ey? Aber, immerhin. Die Herzen haben wir, die Münzen. Nur Dreadcoins haben wir natürlich etliche nicht. Und eine Blume. Wo war denn die eine Blume? Ich fand, es war jetzt nicht schlecht fürs erste Mal. Wenn hätte ich einen von den Großen da noch erwischt, dann hätten wir es ja schon geschafft. Wenn hätte ich da noch drei werden diesmal. Ey, mal probieren wir es noch. Vor allem Schnuffelchen. Fuck, das wird eine Herausforderung. Aber, also Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall, bei diesem Level, also kann man nicht mehr, also Schwierigkeitsgrad ist schon angehoben. Da soll man mal einer kommen, der es auf Anhieb sammelt, also. Man muss ja erstmal mit der Technik erklaukommen von dem Flieger. Jetzt muss ich natürlich auf die Münzen hoch achten. So, das ist eine Red-Coin, you know. Damit man bloß den Shy-Guy fressen muss. Da oben, da oben. Ich rede nicht mehr. Oh Mann, das waren auch Red-Coin's. Ich habe mich trotzdem mischt. Ich glaube, dieser komische Shy-Guy hat keine Red-Coin's. Autsch. Wir haben ja das Herz nochmal heute Zeit lang geschafft. Also, das ist jetzt schon eine Balance-Herzimmer, glaube ich. Auf jeden Fall besser. Herzen, ja, nehme ich mit, aber brauche ich ja eigentlich nicht. Das ist jetzt nicht essentiell. Die Kiste hatte ich, glaube ich, glaube ich, habe ich kein Herzen mehr. Äh, keine Eier mehr. Also, ich habe schon noch welche, aber im Spiel halt nicht. Lass, ich bin natürlich nicht mehr. So, hoch, 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 hoch. Gut. Runter, runter, runter. Naja, du Dicker. Da oben sind auch noch Red Coins, das ist auch echt schwer ey. Aber ich muss eh noch einen extra Lauf machen um dann halt nur die Red Coins zu sammeln. Hoch. Jetzt muss ich die Großen erwischen, schaffe ich es auf jeden Fall. Ja, jetzt muss man es eigentlich schaffen. Oh, eine Blume hätte ich ja noch nicht erwischt. Wo die denn? So, zum Schluss. Ich habe trotzdem, hä? Hm. Meine Punktzahl haben, ach so, ja. Ja, denen brauchen wir auch noch die Punktzahl. Ja, gut. Haben wir es doch. Genau. Jetzt halt nur noch mache ich das Mario auf Screen. Die halt restlichen Red Coins noch holen. Sieben Stück. Ja, ich weiß ja wo das waren, die drei, die jeweils drei, die ja immer waren. Wir werden erstmal Schnuffelchen machen. Ja, das wird bestimmt schwierig hier noch. So, finde die Schnuffelchen. Vier Minuten. Ja, da kann man ja auch nicht, wie gesagt, da kann man auch nicht schneller. Aber immerhin muss man sich jetzt ja nur auf die Schnuffelchen konzentrieren. Und nicht auf tausend andere Dinge. So. Ja, auch mit Flieger, ja. Das war klar. Oh. Na denn. Oh. Was moden die denn? Aufm Raumschiff! Ich muss ja nur Eier sammen. Oh! Nein! Oh! Unter, unter, unter! Ob der hier Raumschiff hört? Was ist denn da? Mann! Oh! Fuck! Mann, Mann, Mann! So viel lauter Raumschiff, ey, das fühlt sich verwirrend! Komm! Es fällt immer noch einer hoch! Schon wieder! Oh! Oh! Euer habe ich noch! Oh! Oh! Oh, yes, Junge. Was machst du denn da, ey? Das ist mal wahnsinnig. Was für ungezogene Kinder, ey. Pucci, erzieh mir deine Kinder richtig, ey. Bauen wir nur scheiße. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Überleben. Und dann Sturzflug landen. Das kommt auch schon gut an. Bäm, so. Piss dich. Jetzt noch durch die Balance. Das zum Absturzen bringen. Und dann verpasst du auch, ja. Sturzlug. Ach, Pucci, du und deine Kinder, ey. Puh. Puh. War echt spannend. Das mit dem Flugzeuglevel, das hat mir ja bisher top gefallen. Ohne Scheiß. Hut ab. So, ich bin bisher mit, das geilste Level, was ich bisher war im Spiel. So, noch besser als diese Yoshi Automat. So, machen wir noch einer. Habe ich noch Zeit? Ja, vielleicht die erste Welt kann man noch machen. Schnuffels Mag Marathon. So. Oha. Oh, die Viecher in Lava-Form. jetzt muss ich noch schaffen dann muss ich meinen sohn und sohnemann abholen in neun stunde oder so oder bis dahin schaffe ich das locker so das ja das kann man schon nicht holen müssen wir warten noch nicht mal word coins aber das könnte um das könnte auch ein gut versteck sind von blumen oder so und diese viecher kann man ja auch nicht kennen aber die kann man in der labe schuppen nicht dass man da irgendwas bekommt und wenn man die darin schuppt ach ist mir jetzt wie ein mensch halt hier unten red coins you know so das ist auch noch ein sehr guter level aufbau aber trotzdem das muss man kontrollieren du schon wieder die kann ich wohl auch nicht kennen oder was jetzt muss ich sagen wir kommen jetzt rein ich finde wir jetzt immer wieder dabei bisher hier muss man natürlich mal gucken ist halt die sache Hundertprozentig ist ja irgendwas mal hier unten drunter versteckt, hundertpro Darum muss ich ja immer gucken, also kurz davor, dass ich mir in den Arsch verbrenne natürlich So, Herzen nochmal voll, ich hab schon mal Outfit, nicht? Hä, Pucci? Machst du also auch mit, ja? Warte mal hier, springen wir hier hoch Hey, hätte ja sein können Halt mal, Pucci! Ne, na, Meister nie, aber sicherlich will er was zum Sammeln da, diesen, kann ich Pucci die töten? Natürlich So, hier hoch Muss ich Pucci wahrscheinlich im Weg freimachen, genau Sie soll mit Pucci, äh, durch Durchlaufen Der kann ja durch Lava laufen Pucci, gibst du mich die Blume? Danke Pucci, holst du mir das? Das ist lieb von dir, Dankeschön Kannst du aber hochkommen, gell? Schön Halt, 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 diesmal versäge ich es nicht Diesmal mal üblich zu versägen, diese Geschenke hier Pucci, mach nicht so schnell, wir müssen ja mal gucken Wo es ist, komm her, gell, mein Lieber Ja, slide mal durch Komm her, komm Warte mal Pucci, Pucci, Pucci Oh, ich wollte doch nochmal gucken, ob da was ist Und wie kommst du jetzt hoch? Wie kommt mein Pucci jetzt weiter, muss jetzt da bleiben? Oh Pisset euch, ey Ich glaube, so von mir, von mir für her, habe ich eigentlich alles geholt, oder? Da, bevor ich mich jetzt bestimmt Oh, Hammer Oh, lass mich Ich brauch vorher Eier, ich das mal Ich weiß, was ich jetzt hier machen muss Boah, fuck Uh, hui Der, bevor ich den immer noch Es fällt noch ne Ah, jetzt hört Ah, das sollte ich schon treffen Was, bring ich mal hoch Ne Ah, ich weiß schon Ich muss mit Pucci machen Nein Oh, fuck War das knapp, Junge Oh Wir haben, glaube ich, alles Wir haben alles Pucci Oh Das war übelst Ich wusste auch nicht, ob ich jetzt springen soll, oder ob der das jetzt allein macht Boah Wir haben es, wir haben es, wo ich schaffte Auf Anhieb Alles Kann man sich ja mal selbst drucken, oder? So, jetzt Hm, was sagst du Uhr? Ach komm Komm, schnuffelchen, das kriegen wir noch, das schaffen wir noch Schnuffelchen, schaffen wir noch Drei Minuten Drei Minuten, ja komm Ziehen wir noch durch, ja Die Frage sind wir jetzt auch Mit Pucci und der Waze Aber was macht der denn immer, dass der seine Kinder mal verliert, also ganz ehrlich Gut, was soll der machen, wenn die so ungehorsam sind, nochmal weglaufen Bis jetzt ohne Pucci So, Nummer 1 Herzen immer mal mit Los Oh, es kommt da, oder? Hier setzt eigentlich auch, dass hier einer ist So Was ist das hier? Jetzt kam auch kein Keiner Äh Wie ist denn jetzt? Ach du Scheiße Und jetzt? Jo, Bande schießen Ach du Scheiße Boah, gut Wie viel Zeit hat man? Drei Minuten Das wird jetzt ein bisschen knapper Auf jeden Fall knapper jetzt Wo ist der letzte? Oh, schneller, komm Das, 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 das Oh, gut Bäm, Junge Das kommt dann und zwar Windwärtsweg dann im nächsten Port Aber jetzt machen wir mal Stopp Und Benden die Sache jetzt erst mal Und Benden die Sache jetzt erst mal Haben ja wieder mal einiges geschafft Die diese Dino Welt haben wir komplett Und jetzt hier die Höhen Und jetzt hier die Höhen Höhenwege oder wie es hieß Haben wir auch fast geschafft Dann ist der zweite Traumjuwel nicht mehr weit Dass wir den einkassieren Aber wir erwarten ja noch in den unteren Weg uns ja noch zwei Welten Aber naja Dazu dann irgendwann später mehr Jetzt bedanke ich mich erst mal, dass ihr zugeschaut habt Und mich mit Yoshi begleitet habt Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo Und dann hoffe ich mal, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen Und damit Retro Julie Out